Wenn du das schaffst, ne? Ich schick dir ein Pimmelbild von mir. Nein! Oh, thank God, kein Dickpick. Alter, ich hab währenddessen meine Hose schon ausgezogen, wenn ich geschossen hab. Thank God, kein Dickpick, Alter. Oh, Mann. Jetzt hab ich schon meinen Rasierer aufgelassen. Ja, ich auch. Jetzt hab ich in den Stecker reingespinkt. MTS, Junge. Ja, ich weiß nicht was von sich. Somebody from Russia. Somebody from Russia. Ja, wo gehen wir denn landen? Das ist schlimmer. Das wird nix, wir werden super kack. A lang. Ich guck nach hinten. Mit der Bombe. Nice, one tap. Da ist der one tap, Master. Acht Klicks sind kein one tap. Mit, mit, mit. Du bist ein Navi. Jetzt guckt keiner durch, keiner durch. Ich guck Windu. Windu ist einer. Der ist hart gehittet, Windu. Aber du schaffst das. Das ist gewonnen. Okay, der hat nicht mehr die Füße. Do it. Awesome, wir spielen jetzt schon besser als die ganzen Match vorher. Wow. Du verreckst noch leicht. Du verreckst, du verreckst. Was ist das wert? Was ist das wert? Ich hab da noch ab und ich krieg das Recht für den Wind. That's true. Und T-backed. Ja, hast recht, du war richtig geil eigentlich. Richtig gute Aktion. Allang. Ja, der T-back war schon wertvoll, Leute. 10 von 10. Hinten ist noch einer von Allang, ne? Ja. Oh, da kommt einer. Greif ich doch an. Er geht nicht um. Da ist noch einer. Da kommt einer, aber erst mal umdrehen. Gewöhnt euch dran, gewöhnt euch dran. Oh. No. Bei der Kiste. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn. Oh, nice. Let's nur durch. Er engaged aber. Langsam gelöst. Ich will hören, wo der ist, Leute. Der hat ne Orb, ne? Denk dran. Rechts. Nice. Du hast. Verdauern, man. Oho. In den Sack. Das war ein One-Click, oder? Das war One-Ten. One-Ten. Best One-Tip. Gut. Alter. 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 Dieser Hure-Zohn. Ab ihn. Komm, wer geht. Und tot. No. Links, links, links. Ich spol dir den. Jetzt angehe ich den. Ja, du schaffst, ne? Ich schick dir ein Pimmelbild von mir. Was machst du da? Bardo, du Idiot, ey. Bardo, Alter. Wir können ne Runde gewinnen und du wirfst deine P90 weg, Alter. 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 Ich hab nen Dick-Pick. Ich wollt nen Tunis haben, auch noch, Alter. Du hättest nen Dick-Pick bekommen, Alter. Aber nein. Ja, aber für Piste hätt ich doch mindestens zwei gekriegt. Hättest du's aber mit Eiern bekommen, Alter. Vielleicht hab ich ihn vorher auch noch rasiert, Alter. Ich komm hier nicht gleich. Hat ne Scheiße. Dieser Kerl ist so kacke. Oh Mann ey. Warum geben wir eigentlich immer P, wenn wir da immer zerpickt werden? Ich hab keine Ahnung. Das ist doch scheiße. Ich traue jetzt n bisschen Dick-Pick nach, was ich gekriegt hätte. Ich hab einfach keine Chance. Ich wollte n schönes haben, Alter. Wieso geb ich mir die München nochmal zurück. Guck mal wie easy long ist, Alter. Ohne Wind. Erstmal öfter long gehen. Oh fuck ey. Der holt sich kein Kille, der kommt von hinten. Achso. Wo? Von wo? Ey, wo ist der denn? Wo? Wo? Tschüss. Zieht jemand. Warte mal. Mehr Dick-Picks. Vier Dick-Picks. Warte, wo bist du? Dick-Picks. Ich hant sie, ich hant sie, ich hant sie. ABP, ABP. Nee, lass in die P90. Lass in die P90. Von uns allen. Kriegst du von uns allen den Dick-Pick. Mit Eiern. Und rasiert. Mit Eiern sogar. Und rasiervoll. Ob ich das heute noch hinbekommen ist, ist die Frage. Und von Dagi Bee auch noch was. Und Bobby Bee ein Dick-Pick, Alter. Dick-Pick. Warte mal. Ich wette, wir das rennen. Ohhhh. Ohhhh. Oh mein Gott. Kill him, oh bitte. Kill him, kill him. Alter, nein. Nein, ich, nein. Wir müssen uns alle rasieren heute. Hä? Er ist runtergeklampt, oder? Kill him, kill him. Nein! Oh, thank God, kein Dick-Pick. Alter, ich hab währenddessen meine Hose schon ausgezogen, wenn ich geschossen hab. Thank God, kein Dick-Pick, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Schlecht, du. Ich hab schon meinen Rasierer aufgeladen. Ja, ich auch. Ich hab den Latte in den Stecker reingespuckt. Ich hab schon angesetzt, da ist so ne Kerbe da drin. Warum gehen wir jetzt wieder B, Alter? Oh, Mann. Ich spiel gar keine Rolle, wir werden überall zur B. Ich geh kein Luft mehr. Ich geh nicht mehr. Okay. Wer hat denn da so ne geile Latte, Alter? Was ist denn? Aber ganz ehrlich, wir brauchen alle mir nach, nachrennen. Ich renne nach rechts und alle rennen auch nach rechts. Wir sind Lendinge, Alter. Ich kann grad nicht denken. Wir rennen alle in den Tod. Ich kann grad nicht denken. Ich find genaded. Wir sind fucking Lendinge. Oh, oh. Huh. Schlimme. Gut, dass ich das auf Wand habe, ey. Alter, ja. Du nimmst auf? Ich nehm auf. Beste Aufnahme ever. Malo, wir glauben dich nicht. Klasse. Alter, du kriegst doch mal eben, Alter. Mach die Hose auf und wirf die Waffen weg. Fake Flash. Oh. 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 Bo, Alter. Alter. Warte mal, welche Dickfix krieg ich jetzt? Kannst ja aus... Kann jemand überhaupt den Rasiererlein, der hat glaube ich keinen. Ja, komm vorbei, kein Thema. Können wir uns ja zusammen die Eier rasieren eigentlich. Ich spart Strom. Das sind ein paar Stellen, die seh ich nicht so sehr. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist aber auch keiner. Die Bombe ist nicht mal... Die Bombe ist nicht mal... Oh, Manuel. Einer und Zeit. Manuel, go. Manuel. Das Angebot steht, ne? Ja, als ob ich das schaffe, aber das Angebot steht. Wenn du es schaffst, küsse ich deinen Arsch. Wenn du es schaffst, darfst du mit Reimer auf meine nackte Eichel schlagen. Alter, wenn ich das wirklich schaffen sollte, ne? Du wirst... Wir wünschen, dass du was gesagt hast. Dicker, du konntest nicht mal zu Ende reden. Scheißgeich, dann steht's mir in die Wand gelaufen. Man nennt mich motherfucking Dombo, Alter. Und alle sterben. Nicht? Einer sonst kommt. Das ist uncool. Einer lower, Kappa. Boah, Junge! Steinbill picks, Alter. Ich will dich nicht picks. Können, 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 können. Life den, life den. Der hat eh verloren. Gut, gut. Wenn er jetzt nicht fused. Nee, kann er nicht. Yes! Comeback! Boah, MVP, Alter! Ihr billigen Bonos, Alter! Easy! Easy! What's the game? Jeder hat MVP außer corrupted und der ist erster. Ja! Kommt jetzt alle her. Ja, wir sind da. Alter, zwei Kilometer lower. Wir rotieren von hinten. Easy. Bomb liegt hier. Bomb liegt hier. Schön. Ja. Alter, man hat das einfach mitmacht. Einer ist bei Tür. Ja, fuck it. Ey, Alter, der ist gestorben. Ey, ganz ehrlich, seit ich Taktik-Calls gibt, verlieren wir ja keine Runde mehr! Los! Was für Calls, Alter! Alle A-Lang! Ihr scheiß Team, ey! Ja, gib doch jetzt einen Call! Ganz ehrlich. Alter, why? Du hast es verdient. Why so? Er ist on spot! Oh! What? What? Wow! Da ist Alter! Nein, Bray! Ey, jetzt mal ohne Spaß. Immer wenn ich Taktik-Calls gibt, geben wir. Das stimmt wirklich. Sag einfach irgendwas. Wir müssen uns ja nicht dran halten, aber gebt einfach irgendeinen Call. Es hat sich auch niemand dran gehalten. Einfach nicht Call! Und du was? Und jeder ignoriert das eigentlich! Let's rush! Cut das, please! Oh, Mann, Alter! Ist da einer Butter? Einer? Ja, der hat mich gekillt. Mit 4 HP hat der überlebt. Alter, schieß einfach bei random rein. Den hab ich schon. Nein, nein, kommt noch einer. Was meinst du? Der ist noch. Oh, da ist ein 2-Short. Was? Einer von denen hat 4 HP. Einer von denen hat 4 HP. Einer ist Mitte. Der kommt, CT. Einer lang. Okay, er ist nicht hier. Doch, der kommt von Zürich von oben. Äh, gleich. Warte von Lohr. Bombe ist auf Lohr. Bombe ist auf Lohr. Oh, fuck. Sorry. Oh, der ist unter den Tür. Alles los. Ich decke, ich decke. Was? Yes, my friend. Yes, my friend. Yes, my friend. Yes, my friend. You're my friend, my friend. Okay, my friend. Was schon nach oben. Also, mir ist alle Short gehen, alter. Halt's auf. Ich muss dich alle, alter. Ich muss dich. Ich mach das. Vertrau mir. Okay. B war einer und ich hab ihn gebankt. Nice. Gegen wir noch. Warum? Hast du Fake Flash gemacht? Nee. Schade. Warte mal. Hast du Fake Flash gemacht? Du bist wie ich. Der hat ne Arbe. Der hat ne Arbe. Oh, oh, doch. Geht auch. Ah, eh. Ja. Ja. Du musst nur 19 Sekunden überleben. Er engaged. Juck die. Elf Schuss. Alter, ne? Nein. Easy. Easy. Wo war denn der andere Gegner? Also, wenn ihr noch eine Runde mit mir spielen wollt. Ich muss kurz nachdem meine Wäsche aufhängen. Dann bin ich wieder da. Okay. Und Asieren nicht vergessen. Du hast mehr AWP's gewolltet. Ja. Ja, das war die beste Runde ever, Leute. Ich hab keine Ahnung was. Ach, den hast du ja aufgenommen. Du hast ja aufgenommen. Alter, das ist die, ohne Witz, das ist die beste Aufnahme von Gang überhaupt. Ja. Die lustigste Season-Runde aller Zeiten. Ey. Es war fast so lustig wie Cards Against Humanity, oder? Ich hatte nur bei Cards Against Humanity so in Lachflächen. Ich hab immer noch nie ... Never ever sonstig. Ey. Schaltet rein in die nächste Folge und schaut bei den anderen. Abonniert meinen Kanal. Guckt bei Manuel vorbei. Abonniert mein Kanal. Da braucht ihr ein Abo. Ja. Gebt mir Flosser, Flop. Bis zum nächsten Mal.